Die Anordnung der Treuhandverwaltung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Der Schritt ist zwingend notwendig. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Die Gazprom Germania GmbH mit Sitz in Berlin ist ein inländisches Unternehmen. Sie betreibt in Deutschland selbst und durch seine Tochtergesellschaften kritische Infrastrukturen. Das heißt, sie ist im Bereich Gashandel, Gastransport und Speicher tätig und für die Gasversorgung in Deutschland von überragender Bedeutung.